Ich denke, dass viele ein richtig ekelhaftes Bild von Fanfictions haben. Kein Wunder, denn nicht wenige entsprechen auch genau den Vorstellungen, die die meisten von unserem Fachgebiet haben. Warum fangen echt nicht wenige mit in den Worten, Hey, ich bin Sky, 16, habe Wasserstoffblende Haare, babyblaue Augen, meine Lieblingsfarbe ist pink und wohne in einem Heim. Ich werde gemappt und ritze mich an, von denen ich selten mehr als die Hefte falsch geschrieben müsste. Ich meine, klar, man muss nicht so ein Grammatiknazi und Rechtschreibfanatiker wie ich sein. Manche haben auch eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Aber Wattpirt hat ein verdammtes Rechtschreibprogramm, okay? Lese-Rechtschreib-Schwäche heißt nicht, dass ihr es nicht sehen könnt, wenn da die Wörter Ikehol und Sogea rot unterstrichen sind. Eine Krankheit als Ausrede zu nehmen, weil man einfach zu faul und vielleicht auch zu dumm und beschränkt ist, ist eigentlich in meinen Augen eher traurig. Außerdem, lest ihr da eure Autobiografie für euch oder warum sprecht ihr uns Leser direkt an? Selbstgespräche? Psychische Störung? Drang nach Aufmerksamkeit? Was möchte unser lieber so ziehtgefährdeter Himmel von uns? Manchmal stellt sich Stegi auch vor seinen Klassenkameraden mit den Worten Ich bin Stegebert, 16 und schwul vor. What the fuck? Ich meine, als ich in meine neue Klasse gekommen bin, habe ich da auch nicht gesagt, ich bin Riku, 16 Jahre alt und bin nicht hetero. Oder? Nee, habe ich nicht. Und ich würde mich auch lustig machen über eine Person, die sich so vorstellt. Außerdem glaube ich nicht, dass Tim nicht errät, dass du Stege bist, nur weil du Stegebert heißt. Denk drüber nach. Außerdem, wenn denn sein Kind bitte schien Stegebert? Was sind das für Raben, Eltern? Abgesehen davon zitiere ich mich hier nur zu gern immer wieder selber. Fiction heißt zwar frei erfunden, aber nicht von Logik losgewonnen. Eine Teen-Fiction ist genauso eine Fiction wie eine Fan-Fiction. Also er hat auf zu sagen, das muss keinen Sinn machen, das ist eine Fan-Fiction. Ja, Mathe macht auch keinen Sinn, aber trotzdem ist eine gewisse Logik da, die sogar ich verstehe. Mit anderen Worten, ist es nicht logisch, wenn ein Flugzeug in der Zückabteil kracht und du ohne psychisches Trauma mit wenigen Knochenbrüchen, zweiwöchigem Koma und eine Entlassung nach einer weiteren Woche Krankenhausfrasse entlassen wirst, während dein Freund Toddle jenen deine Fehler verzeiht. Zum Beispiel, dass du in seiner Anwesenheit mit Adi rumgemacht hast. Ja, das ist fucking unlogisch und da diskutiere ich mit euch auch nicht. Es sei denn, ihr könnt natürlich mir beweisen, dass das ganz natürlich ist. Dann nur zu. Mit nochmal anderen Worten, ist es also ziemlich gut nachzuvollziehen, dass manche von Fan-Fictions eben das Bild haben? Naja, das sie nun einmal haben. Aber jetzt sollte man, glaube ich, wohl auch mal die andere Seite der Medaille betrachten. Denn nur weil ein Buch mit einem Verlag veröffentlicht und im Buchleben meines Vertrauens verkauft wird, ist es noch lange nicht besser als manch eine Fan-Fiction auf Wattpad. Also sagt die Kategorie eines Buches gewiss nichts darüber aus, wie gut oder schlecht es ist. Wobei das ja ohnehin im guten alten Auge des Betrachters liegt. Okay, es gibt Ausnahmen, okay? Bei denen ich halt echt null nachvollziehen kann, wie man Buch XY gut finden kann. Aber geben das ein. In meinen Augen ist ein Buch aber auch erst dann gut, wenn es zum Beispiel halt auf Wattpad hochgeladen wird und man sich auch gut mit den Autoren unterhalten kann. Ich meine, wenn eine Autorin oder ein Autor schon in die Beschreibung des Buches schreibt, Rechtschrefffehler könnt ihr behalten und euch einen Keks freuen oder keine Ahnung, die dann halt schon schreiben so, wenn es nicht mögt, dann müsst ihr es nicht lesen oder lest selber. Klar, dieses Don't like it, don't read it ist meistens darauf bezogen, wenn es eine BoyXBoy oder GirlXGirl oder was es sonst noch alles gibt, Fan-Fiction ist oder halt allgemein Buch. Aber hier geht es gerade nur um Fan-Fictions, okay? Dieses lest selber, ne? Das hat nichts damit zu tun, ob es eine Fan-Fiction ist oder nicht. Wenn ich mir ein Buch kaufe oder einen Film oder eine ganze Serienstaffel oder eben ein Buch auf Wattpad lesen möchte oder meinetwegen auf Fan-Fiction lege, wo ich noch nie drauf war, das ist für mich Tabuthema, aber trotzdem, dann will ich doch wissen, worum es geht. Es sei denn, ihr schafft es alles, das aufs Cover zu klatschen, wenn man es nicht lesen kann. Dann gerne, aber lest selber. Wenn ihr zu dumm seid oder unfähig meinetwegen, einen Klappentext zu schreiben, dann schreibt einfach nur Stichpunkte hin. Ich meine, weil ihr wisst ja wohl, worum es geht oder worum es ungefähr gehen soll. Oder schreibt das Buch fertig, bevor ihr es hochladet. Und wenn ihr schon weder ein Cover mit Inhalt noch, keine Ahnung, einen Klappentext oder Stichpunkte oder was auch immer es noch gibt, dorthin packen könnt, ne? Dann macht doch zumindest vernünftige Texte. Das ist nicht schwer. Ihr werdet doch wohl schon von Anfang an wissen, so, hm, gehen die auf ein Internat oder in eine Schule? Oder wenn es um Mobbing geht. Wisst ihr eigentlich, wie oft ich so ein Drecksbuch suche, in dem es um Mobbing geht? Einfach, weil ich es liebe, Buchcharaktere leiten zu sehen. Ich bin ein Buch seit es Leute, das ist kein Geheimnis. Ich folter meine Charaktere regelrecht in meinen Büchern, also pfff. Und das ist dann auch eine Fanfiction, okay? Also, wenn ihr wollt, dass euer Drecksbuch gelesen wird, ja? Dann schreibt Texte, die nicht nur aus Stegi, MC Expert und Steckspert bestehen. Oder fragt jemanden. Oder, keine Ahnung. Aber bitte, verwendet doch mindestens Texte. Oder beschwört euch nicht, wenn euer Buch nicht gelesen wird. Oder wollt ihr mir etwa sagen, dass es euch nicht stört, wenn euer Buch zwei Reads hat? Mich selber wird's stören. Zugegeben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich Read-Guy bin. Natürlich möchte man, dass etwas gelesen wird, was man schreibt. Naja, zurück zum Thema jedenfalls. Es gibt halt auch echt gute Fanfictions mit der nicen Handlung. Sei sie in den Augen mancher auch schon ziemlich ausgelutscht. Bei denen man mitfiebern kann und sich halt auch mit den Autoren und anderen Lesern gut in den Kommentaren unterhalten kann. Es ist völliger Bullshit zu sagen, äh, diese Idee wurde schon so oft verwendet. Nee, das Buch ist scheiße. Ich meine, ganz ehrlich, ihr müsst einfach nur was eigenes daraus machen. Dann ist es auch egal, ob es ein Fanfiction ist oder nicht. Okay, mal wieder zurück zum Skript. Einige Leute schreiben Fanfictions, weil sie daran ihre eigenen Vorstellungen drin verarbeiten, die sie bezüglich mancher berührender Persönlichkeiten haben. Manche schreiben also zum Beispiel einen Lemon mit Harry Styles, weil sie sich vorstellen, wirklich selber mit ihm zu schlafen und irgendeinen Kink oder Fetisch auszuleben. Ich persönlich kann sowas nicht nachvollziehen, also ich würde es nie machen, aber jedem das seine und daran ist auch überhaupt gar nichts verwerflich. Und sollte das jetzt so klingen, als würde ich das irgendwie widerlich finden oder so, tue ich nicht. Zugegeben, ich selber lese auch Lemons, also. Pff, mir egal. Also, hm, Fanfictions sind halt auch nicht immer kacke. Aber ich will damit auch eigentlich nur sagen, dass wir eben keine Autoren von grottenschlecht geschriebene, nullrecherchierten Fanfics sind. Und nur weil ich gerne Fanfics lese, schreibe und, wie wir alle wissen, auch vorlese, bin ich noch lange kein Fan oder Zuschauer, der nicht weiß, dass diverse berühmte Persönlichkeiten nur ganz normale Menschen sind. Es sind stinknormale Personen. Denn eigentlich lese ich einfach nur gerne Bücher.